Ich engagiere mich für den Bösen Wolf, weil ich bei den Interviews sehr viel lerne. Weil wir über meiner Meinung nach sehr wichtige Themen reden, wie die deutsch-französische Freundschaft. Ich engagiere mich beim Bösen Wolf, weil ich unsere Lesezeichen toll finde. Weil es cool ist und dass nicht nur Erwachsene es können. Ich engagiere mich im Bösen Wolf, weil... Haben Sie noch Fragen an uns? Ich engagiere mich für den Bösen Wolf, weil ich sehr gerne Leute interviewe. Weil ich das Design der T-Shirts super finde. Und die Leute beim Grand Michon Lou, Böser Wolf, sehr nett sind. Ich finde, dass Engagement wichtig ist, weil es immer einem etwas bringt, zusätzlich dazu, dass es dem, dem man hilft, auch etwas bringt. Ich engagiere mich beim Bösen Wolf, weil, nachdem ich Rotkäppchen gelesen habe, war es die einzige Möglichkeit, meine Angst vor Wölfen zu überwinden. Ich mache... Ich mache... Ich mache... Ich mache Grand Michon Lou. Ich mache... Ich mache...